Ihr Lieben, ich möchte mit euch jetzt das Nertus-Tuch arbeiten und wie ihr hier an dem Beispiel seht, habe ich auch hier wieder die Basis genommen vom Halbmondtuch und da wird jetzt angehäkelt. Ich hatte in der Einleitung kurz erwähnt, dass ich es anfangs so versucht habe und habe hier mit der weißen Farbe erst einmal komplett rumgehäkelt und dann wieder zurück und habe die Reihen immer kürzer gemacht. Das sah aber relativ unordentlich aus, also mir hat das nicht gefallen, deswegen bietet es sich an, es andersrum zu machen. Ich habe also an dieser Seite angefangen und habe ein Stück hingearbeitet, wieder zurückgearbeitet, in der nächsten Reihe ein Stück weitergearbeitet, zurückgearbeitet und so weiter. Und das Ganze hatte ich mir in fünf Teile unterteilt. Man sieht das immer so ein bisschen hier, weil ich an den Stellen dann auch immer die Zunahme arbeite. Und am Rand, das wird ganz genauso gearbeitet, wie ihr das kennt. Und so werden wir das jetzt auch machen. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen mehr unterteilen. Ich kann halt in diesem Falle sagen, dass das so ganz gut funktioniert mit den fünf Teilen und habe dann aber auch später, hier wo es breiter wird, da habe ich mehr Abstände genommen. Da habe ich insgesamt einmal sieben und hier oben sogar acht Teile genommen. Aber das war tatsächlich eher so ein bisschen nach Gefühl und Wellenschlag, weil ich einfach wollte, dass die Teile auch dann breiter werden. Und wie ihr hier sehen könnt, entsteht hier durch die Zunahmen so eine leichte Welle und die habe ich dann gleich genutzt, als ich mit der nächsten Farbe hier auf der anderen Seite angestückelt habe und habe dann auch immer so breit gearbeitet, wie die Abstände im weißen Teil vorher waren. Und dann hebt sich das Ganze ganz gut wieder auf und wird auch wieder hier so schön halbrund. Also sind das sozusagen Gegenspieler, das weiß, mit dem zusammen und dann entsteht hier sogar so eine kleine Welle. Das war eigentlich ursprünglich gar nicht beabsichtigt, das finde ich aber ganz nett. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich jetzt. Ich habe hier in meinem Teil von dem Halbmond habe ich auch 50 Maschen. Das heißt, ich werde mir das Ganze auch wieder in 5 Teile unterteilen und alle 10 Maschen wenden, wieder zurückarbeiten, in der nächsten Reihe bis zur 20. Masche häkeln und wieder zurück, dann bis zur 30. Also da besteht das immer aus einer Hin-einer-Rückreihe und wir nehmen immer mehr zu. Die Zunahmen zeige ich euch gleich und wie gesagt, die Zunahmen am Rand, die bleiben ganz genauso, wie ihr das kennt. Das heißt, ich mache übrigens die ganze Zeit erstmal nur Stäbchen. Ihr könnt auch zwischendurch immer mal so eine Luftmasche-Stäbchen-Luftmasche-Stäbchen-Reihe einfügen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ich mache jetzt erstmal wieder drei Wendeluftmaschen plus die vierte, damit ich immer weiter zunehmen kann in den nächsten Reihen. Drehe mir das Ganze um und mache auch hier wieder um die Luftmasche der Vorreihe meine zwei Stäbchen. Häkel mir wieder hier meine Fäden ein, mache ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, So, und jetzt kommt auf jede Masche kommen jetzt erstmal ganz normal Stäbchen drauf. Ich habe das ein bisschen abgewandelt, ihr werdet das gleich sehen, wie ich das gemacht habe. Aber ich mache jetzt erstmal hier, also ich habe hier zwei Stäbchen gemacht, mache jetzt erstmal noch Stäbchen weiter, Stäbchen Nummer vier, fünf, sechs, sieben, und meine letzten Maschen, die arbeite ich ein bisschen anders. Also ich mache jetzt noch ein Stäbchen und damit die Form vernünftig wird, werden die Maschen jetzt bis zum Wendepunkt immer kleiner. Das heißt, ich mache die neunte Masche ein halbes Stäbchen, die zehnte Masche mache ich eine feste Masche und die letzte Masche mache ich eine Kettmasche. Hier dürft ihr nicht so viel ziehen, sonst leiert euch das hier aus und dann habt ihr da hinterher ein Loch, ne? Also schön locker lassen, den Faden. So, okay. Jetzt drehen wir schon um. Wir machen eine Wendeluftmasche, drehen uns die Arbeit um und machen jetzt auf jede Masche das drauf, was ihr vorher auch gehäkelt habt. Das heißt, ich mache auf die feste Masche eine feste Masche drauf, auf das halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen und jetzt kommt auf jedes Stäbchen auch wieder ein Stäbchen drauf. Und das war im Prinzip schon das ganze Geheimnis. Und am Rand die Zunahmen genauso, wie ihr das kennt, das wird sich gar nicht verändern. Ich bin an der Zunahmestelle und mache da ganz normal die beiden Stäbchen rein, eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen. Gut, jetzt wenden wir wieder. Drei Wendeluftmaschen plus die eine Luftmasche für die Zunahme später. Wieder ganz normal zwei Stäbchen um die Luftmasche drumherum. So, jetzt kommt auf jede Masche in der Hinreihe erstmal ein Stäbchen drauf. Also die, die wir vorher zurückgearbeitet haben und dann müssen wir ja ein Stück weiter gehen, damit das Ganze wächst. Ich hatte ja gesagt, dass das bei mir insgesamt fünf Teile werden. Also ich gehe fünfmal hin und zurück. So, und auch auf die Maschen, die vorher keine Stäbchen waren, mache ich jetzt Stäbchen drauf. Also auch auf das Halbe und auf die feste Masche kommt ein Stäbchen drauf. So, hier ist meine feste Masche, da mache ich auch ein Stäbchen drauf. Und hier ist meine Kettmasche, da mache ich auch ein Stäbchen drauf. Ein bisschen durchwurschteln hier, wo ich meine Kettmasche gemacht habe. Jetzt habe ich also das wieder eingehäkelt, bis wohin ich war. Jetzt muss ich mir aber ein bisschen eine Zunahme suchen und werde einfach, jetzt habe ich hier oberhalb der Kettmasche mein normales Stäbchen gemacht und werde jetzt nochmal hier unterhalb, um die Beinchen drumherum, hier, nochmal ein Stäbchen machen, damit sich das Tuch auch weiterhin wirkt. Und nochmal hier an der Stelle, wo ich eingestochen habe, für die Kettmasche. Das hier war übrigens die Wendeluftmasche, ich habe nicht versprochen. So, jetzt kommen meine nächsten zehn Maschen dazu. Auch wieder ganz normal mit Stäbchen. Ich zähle nur die leeren Maschen, die ich vorher noch nicht behäkelt habe, also nicht da, wo ich zugenommen habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Demnächst mache ich wieder ein halbes Stäbchen, damit die Maschen kleiner werden. Dann eine feste Masche, hier ein bisschen lockerer bleiben und die Kettmasche. So, eine Wendeluftmasche, drehe mir das Ganze um. Also nur hier, wo ich abgenommen habe, an Höhe, arbeite ich auch genauso zurück. Kettmasche lasse ich hier aus und mache auf die feste Masche, eine feste Masche. Das halbe Stäbchen, ein halbes Stäbchen und jetzt auf jede, opala, auf jede weitere Masche ein Stäbchen bis zum Reihenende. Und das ist im Prinzip schon das ganze Geheimnis an der Geschichte. Das mache ich immer so hin und her und am Rand mache ich wie gewohnt meine Zunahmen. Am Ende der Reihe mache ich die Wendeluftmaschen und mache gleich am Anfang der nächsten Reihe wieder die beiden Stäbchen um die Luftmasche drumherum. Und dann sehen wir uns wieder hier am nächsten Abschnitt. So, jetzt bin ich auf dem Weg zur dritten Stelle, wo ich wieder Maschen mit dazu nehme und ihr seht hier schon, so sieht der erste Teil aus. Ich habe hier wieder zurückgearbeitet. So sieht der zweite Teil aus. an der Stelle, wo sich die beiden Teile treffen, da habe ich die Zunahmen gearbeitet. Das machen wir jetzt noch einmal zusammen, damit ihr das seht. Also, auf dem Hinweg mache ich dann einfach hier auf die schon behägelten Stellen , mache ich ganz normal Stäbchen drauf, auch auf das halbe Stäbchen und auch auf die feste Masche. So, und jetzt habe ich hier meine Wendeluftmasche, da mache ich auch ein Stäbchen drauf. Dann suche ich mir hier meine Kettmasche, mache da auch ein Stäbchen drauf, damit ich eben an der Stelle auch Zunahmen habe. Und dann nochmal hier ums Beinchen drumherum von meiner Kettmasche und nochmal hier in die Basis hinein. Gut, und jetzt kann es weitergehen. Ich suche mir meine nächsten 10 Maschen und häkle da einfach auch ganz normal Stäbchen drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt mache ich in die nächste Masche, das ist hier zufälligerweise meine Zunahmestelle, mache ich ein halbes Stäbchen, in die nächste Masche die feste Masche und eine Kettmasche. Schön locker machen, damit ihr euch die Masche nicht hochzieht. Eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen, Kettmasche auslassen und auf die feste Masche auch eine feste Masche drauf, aufs halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen, damit wir langsam wieder in die Höhe wandern und jetzt ganz normal mit Stäbchen zurück, bis wir wieder am Ende sind. Oder am Anfang, je nachdem. Und auch hier wieder, ganz normal die Zunahmen, das wird ja dann später eure obere Kante die ihr am Hals tragen werdet und das sieht immer gleich aus. Und dann seht ihr hier, hier gehen wir jetzt zurück, das ist jetzt gerade die Rückansicht, damit ihr das mal seht, der Rückweg und dann wird das hier genauso zunehmen wie hier und dann habe ich hier so Wellen. Das machen wir jetzt noch einmal bis hier und zurück, das wäre das vierte Mal und dann bis zum Ende und wieder zurück. Dann haben wir hier nur ein ganz schmales Stück in der anderen Farbe und werden im Laufe der Zeit immer breiter. Und wenn ihr dann wieder hier angekommen seid, macht ihr die Zunahmen ganz genauso, wie ihr das von hier auch kennt. Also hier ändert sich bei keinem Tuch irgendwie was, außer bei den Ornamenten zwischendrin, aber sonst bleibt diese Zunahmeart hier an der Stelle immer die gleiche und dann sieht das von der Vorderseite so aus. Ich habe das bei meinem Neatus, den ich hier in den Zweifarben gearbeitet habe, so gemacht, dass ich mir eine Seite sozusagen als Vorderseite ausgesucht habe und habe hier einmal ganz normal, wie ihr das vom Anfang kennt, vom Halbmond eben mit Reliefstäbchen mit Vorderen abgeschlossen und habe dann eben hier diesen weißen Flügel gearbeitet. Als der fertig war, habe ich mit meiner bunten Farbe auf der anderen Seite einfach neu angemascht und habe das Ganze in die andere Seite, äh, in die andere Richtung gearbeitet und dann eben immer hier bis zu meiner Stelle, wo sich die Reihen immer getroffen haben und habe genau den gleichen Abstand genommen und immer dann, wenn mein farbiger Block zu Ende war, dann habe ich einfach eine Reihe Reliefstäbchen als Abschluss gemacht. Dann habe ich wieder einen weißen Block gemacht, wieder einen bunten Block und auch da wieder als Abschluss die vorderen Reliefstäbchen. Das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Ich hatte hier einmal zwischendrin eine Reihe Luftmaschestäbchen Luftmasche eingebaut, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das Tuch zu dolle Zug bekommt. Da war so ein bisschen Spannung drin, das hat sich aber dadurch wieder aufgelockert. Ja, ich weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre, ich werde es aber vielleicht einfach nochmal zwischendrin machen, das war ein Versuch, ob das Tuch sich damit entspannt, fand ich ganz gut. Kann man machen, muss man nicht, kann man aber auch häufiger machen. Man kann auch sagen, ich nehme jede sechste Reihe, mache ich dieses hier, egal ob bunt oder weiß. Es ist halt so, wenn ihr das Ganze mit zwei Farben macht, dann haut das natürlich nicht hin, wenn der Anfang in Farbe A ist, ihr macht den ersten Flügel in Farbe B, dann geht es noch, dass ihr den zweiten Flügel in Farbe A wieder macht, aber wenn ihr dann wieder auf dieser Seite hättet anfangen wollen, das wäre ja einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, wäre eigentlich mein Plan gewesen, aber dann hätte ich hier wieder einen weißen Flügel gehabt und das wollte ich nicht, deswegen habe ich hier das weiß, da das bunt und habe hier gleich wieder einen weißen Flügel auf der gleichen Seite dran gesetzt. Dadurch, dass ich das dann hinterher umdrehe, hebt sich das Ganze wieder auf. Das ist vielleicht erstmal beim Häkeln komisch, weil ihr nämlich dann eine lange Seite habt, erstmal und eine kurze, aber ich werde jetzt den nächsten weißen Flügel dann auch wieder auf der rechten Seite anhäkeln. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, dass ihr mit drei oder mit mehr Farben arbeitet und sagen wir mal, ihr macht die Basis in diesem, ich sage jetzt mal grün, macht den rechten Flügel in weiß und macht den linken Flügel in blau und dann könnt ihr die Farben ändern, dann könnt ihr nämlich gleich wieder rechts ansetzen mit grün, macht hier wieder weiß und dann wieder blau oder aber ihr sagt, ich mache immer ich arbeite hauptsächlich mit zwei Farben und mache immer dann, wenn für mich ein Block zu Ende ist, das heißt hier, wo ich jetzt die Reliefstäbchen gemacht habe, mache ich eine neutrale Reihe einmal komplett rum mit Stäbchen in der dritten Farbe das würde dann hier sein und hier sein und dann praktisch wieder hier oder ihr sagt, ich möchte einen Streifen durchgehend in der dritten Farbe haben, nach jedem Farbwechsel, also hier zwischen, hier zwischen, hier zwischen, das ist jetzt echt Geschmackssache, man kann auch, was ich mir gut vorstellen kann, sagen, ich nehme für das ganze Tuch, nehme ich einen Verlaufsbobbel und mache den Block hier größer, so lange, bis mein erster Knoten auftaucht und dann mache ich den ersten Flügel so weit, bis mein zweiter Knoten auftaucht, arbeite dann vielleicht den Block noch zu Ende und dann mache ich den dritten Block so lange, bis der dritte Knoten auftaucht, dann habt ihr immer so in etwa einen Farbverlauf auch hier in euren Flügeln drin, dann wird sich in jedem Flügel die Farbe ein wenig ändern. Das werdet ihr nicht hundertprozentig aufkriegen, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn ihr hier merkt, okay, es sind noch anderthalb Reihen, ich habe jetzt schon den Knoten gehabt, wenn ihr das dann noch zu Ende häkelt, ich glaube, dass das gar nicht optisch irgendwie schlimm ist, weil sich ja dann nicht nur die Farbe ein wenig verändert, ihr habt ja auch immer noch ein bisschen Struktur hier mit vorgegeben, durch die Stäbchen, dass da so reine Rillen mit entstehen, das macht auch immer noch mal eine optische Trennung, also da könnt ihr jetzt ganz, ganz viel machen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Nertus-Tuch, arbeitet fleißig nach und postet vielleicht mal und schreibt mir mal, ob ihr mit zurecht gekommen seid, ob euch das Spaß gemacht hat und ich habe übrigens auch hier wieder die Wolle einfach bunt gemischt, ich habe nämlich von diesem hier, von dem, von der Softsocks-Wolle, von Skibot-Garne, 400 Meter und habe einen 300 Meter Bobbel in Weiß von einem vierfädigen Modal und ich muss jetzt einfach mal sehen, wie lange das reicht, wie weit das aufgeht und kann dann irgendwann später nochmal im Podcast dazu Stellung nehmen, wie viel Wolle ich tatsächlich verbraucht habe, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber nur, dass ihr schon mal wisst, ich habe in etwa erstmal 700 Meter geplant, hm, schauen wir mal. Wenn man natürlich mehr Muster mit einbaut, hier mit diesem Loch rein, dann wird sich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen mehr Strecken. Dieses Tuch ist ja nicht so tief von der Gesamttiefe wie das Ornamentus. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir schneller in die Breite kommen und beim Ornamentus vielleicht ein bisschen weniger breit werden. Das kann aber auch sein, dass ich mich vielleicht täusche. Wir werden es sehen. Versuch, mach klug! Okay, dann macht es mal hübsch und ich zeige euch noch im fünften Teil, wie man eine Bordüre arbeiten kann. Bis dahin, ganz viel Spaß. Tschüss, eure Alex.